Hallo und willkommen zurück zu God of War. Hier haben wir aufgehört, haben uns das Herz geschnappt und dann wollen wir mal weitermachen. Was ist denn das hier? Kann ich damit interagieren? Ah, warum bist du denn hier? Warum? Na gut, aber der Kampf ist vorbei. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier, jetzt sind sie bereit für die Winde von Hehl. Zieh mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Oh. Winde von Hehl. Winde von Hehl sind instabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren. Zieh jetzt mit deinen Klingen auf die Windfalle. Das ist die kleine Kugel, die in der Mitte der Tür hängt. Siehst du? Lass sie nur los. Und nu. Und mach das. Übertragen. Was? Ah. Ja. Wo bist du denn da hinten hingegangen? Na gut. Aber die Tür konnte man ja vorn auch schon aufmachen. Das war... Deswegen war ich ein bisschen irritiert. Ist egal. Da kam ein Toter entgegen. Warum auch nicht? Ist ein gutes Recht als Toter. Ich kalt da, habe ich mich ordentlich erkältet. Ich nehme gleich alles, was hier ist. Und wo kann ich die Winde von Hehl dann von da? Ja, also. Das verstehe ich doch schon. Das habe ich doch schon gut verstanden. Ja, ihr fliegenden Ratten. Weg mit euch. Na, dann macht es Spaß. Ah. Du bist über die Klippe gestürzt. Sei es drum, sei es drum. Da kann ich jetzt auch nichts für. So. Dann würde ich sagen, klau mal den mal. Und Pflanzen ist da rein. So weit, so gut. Was liegt hier oben? Bisschen Rage. Nie verkehrt. Und bisschen Vasen. Auch nie verkehrt. Ist es da hinten ein Hilf-Item oder was Wertvolles? Nicht, dass Hilf-Items nicht wertvoll sind. Ich glaube, die brauchen wir ja später. Da braucht man gar nicht versuchen, lang zu gehen. Das wird im Moment nicht funktionieren. Nicht ohne mein Söhnchen. Hört doch auf mich anzugreifen. Hört doch auf mich anzugreifen. Muss ich erst böse werden? Anscheinend ja. So. Das nehme ich mal wieder. Und hier bremmen wir uns einfach durch. Weg mit euch, Wurzelwerk. Ich könnte Kleingärtner werden. Gehen wir immer noch an die Sache von vorhin. Zeus war dein Vater? Nicht jetzt. Konzentrieren wir uns darauf, Hehl zu verlassen. Äh, da muss ich dir zustimmen. Dann bewahre ich diese kleine Perle in aller Stille für später. Puh, das, tu das. So, hier ist aber zu. Warum ist er zu? Habe ich es richtig gemacht? Hallo? Ich habe es richtig gemacht. Jo, das Tor ist auf. Ihr könnt wieder rein. Viel Spaß, Leute. Ich weiß doch, wo ich hin muss. Komische Kamerafahrt. Ja, wer bist du denn? Du willst auf jeden Fall auch mit dem Sack. Denke ich mal. Du verträgst ganz schön was, Kollege. Du bist doch nur Stufe 4. Dann nehme ich mal die Axt. Oder die Fäuste. Nein, ich hau ab. Axt. Au. Nicht umspießen. Nee, das ist nicht nett. So, guck mal, wie ich hier rumrage. Aber nicht runterfallen. Dich will ich looten. Okay. Haben wir ein Bier. Oh, du hast dein Hähnchen verloren. Damit sahst du irgendwie cooler aus. Ich nehme trotzdem dein ganzes Zeug. Tödliche Kriegsgriffe. Seeltener Klingenknauf. Geringe Bonusaktivierung. Chance auf eine Gabe der Stärke bei jeder erfolgreichen Tötung. Oh. Wir töten doch so viel. Gar nicht so schlecht. Und wir haben Springer Rüstungssplitter erhalten. Das haben wir auch ordentlich gebraucht. Achso. Dann nehmen wir lieber wieder die Dolche. Meine Chaos Kling. Na komm, mach Chaos hier. Ach, die Gegner, die so weit oben sind, kriege ich immer ein Nackenschmerzchen, wenn ich die bekämpfen muss. So, jetzt aber. Ach, du hattest auch schon genug. Du hattest auch schon genug. Hm, jetzt hat es genug. Na, also das gab auch ordentlich EP. Wasentötungsfähigkeiten muss ich jedes Mal unter Beweis stellen. Die droppen nämlich auch Gesundheits-Items. Vor allem, wenn es mir nicht so gut geht. So, die Frage ist, wie mache ich das jetzt? Muss ich da auch irgendwie den Wind reinsetzen? Vielleicht gehen von der Tür? Nee, da komme ich nicht in 10 Sekunden hin. Keine Ahnung, welches Spiel da von mir will. Oh, wieso? Wer ist denn da hinten schon? Oh, du kleines Monster. Lass mich doch mal ausweichen. Mehr als Ausweichen drücken kann ich nicht. Hat er mich ganz schön gut in der Falle gehabt. So, alle weg. Dann ist hier doch was Schönes. Ne Ruhe. Hoffentlich ganz, ganz viel Hacksilber drin. Na ja, 3000 fast. Das geht. Wieso respawnt ihr denn hier, Alter? Ja, bringt er von mir. Bin nicht dein Papa. Ich drück doch eh wie ein Weltmeister. Weiß nicht, was ich sonst drücken soll. Oder wie schnell ich das drücken soll. Da ist auch noch so ein Teil. Mir fehlt aber ein bisschen der Wind. Und ich kann ja schlecht hier Wind rausnehmen. Ich habe es versucht. Gar nicht wenige hier. Au. Leicht mich doch in Ruhe. Au. Kalt. Kalt, 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 kalt. Au. Ich gebe mein Möglichstes. Komm schon, werde doch nicht an diesen kleinen Viechern sterben. Ich bin doch der Gott des Krieges. Naja. Aber auch der Gott des Krieges hat mal einen schlechten Tag. Ich brauche meinen Sohn und seine Pfeile. Diese scheiß Flugviecher. Was ist denn hier unten? Hoffentlich ein Health-Item. Hey, da muss ich auch irgendwie Wind reinkriegen. Und da oben auch. Kann ich nicht ein bisschen hochheilen hier. Komm schon. Sterb. Ja. Und ein Health-Item. Mensch, ich bin nicht gut für Kratos. Schade seiner Gesundheit. Aber wir haben es geschafft. Gerade so. Aber immerhin. Du hast es geschafft. Jetzt mach dich besser gleich auf zu deinem Jungen. Ja, mache ich auch. Erstmal noch verbessern. Chaos-Kling einmal bitte verbessern. Oder den tödlichen Kriegsgriff. Runen auf 8. Glück auf 13. Boah, ja. Vielleicht. Erstmal die Chaos-Kling. Einmal verbessern. Wunderschön. So, was kann man denn noch machen? Zauber. Symbol der Bedrohung könnte ich kaufen. Vitalität um 6 erhöht. Trotz des Runenkraft. Schatten. Glück um 10. Ich weiß noch nicht, was Glück bringt. Aber so viel hatte ich bis jetzt, glaube ich, noch nicht. 100 Schuppenfragmente der Weltenschlange für... Kann ich alle kaufen? Eine Weltenschlangenschuppe. 100... Ah, Schuppenfragmente. Das ist was anderes als Schuppen. Na gut. Braucht man vielleicht nicht. Auferstehungsstein habe ich noch im Inventar. Klingenknauf kann ich einige machen. Macht man vielleicht jetzt nicht. Leviathan-Achst kann ich natürlich noch nicht verbessern. Kaufen. Axt schwere. Rasender Frostriese. Ich hätte aber lieber hier Tarmus Arte. Brauche ich aber so viel. Erhöht die Anzahl an Schlägen. Doch wieder erhöhtes Drücken von rechts. Das sieht auch nicht so schlecht aus. Das sieht ganz spaßig aus. Das kaufe ich mal. Kostet ja nur 15.000. Das ist ja ein Klacks. Ja, rüste mal die mal aus. Sonst vergesse ich das wieder. Und dann Armrüstung. Geheimarmschien. Geheim Hüftschutz. Geheim Schulterwickel. Das brauchen wir alles nicht. Brustrüstung. Welche ist dann überhaupt ausgerüstet? Ihr wollt doch nur meine verbessern. Kann der anscheinend im Moment nicht. Na gut. Dann wollen wir mal zurück. Einmal nach Midgard bitte. Ja. Hatte ich doch vor. Hatte ich doch vor. Bifrost ist eingestöpselt. So. In welche Richtung macht das am meisten Sinn? Svartalfheim. Asgard. Niflheim. Muspelheim. Warnaheim. Warnaheim. Jotunheim. Komma eh nicht hin. Alfheim. Alfheim. Achso Midgard. Mist. Er nach Midgard. Das haben sie echt doof gemacht. Finde ich. Jedes Mal falle ich drauf rein. Nimm mich nicht so. Nimm mich nicht. Falsch. Von dem was ich gehört habe, hat er es das Pantheon verdient. Aber ich muss das erstmal verdauen. Ich weiß, du hast Götter. Aber du kannst ihn nicht fernbleiben, oder? Sag dem Jungen nichts davon. Er darf es niemals wissen. Schwachsinn. Dünn nicht. Mit Verlauben. Schwachsinn. Er muss es ist. Ohne die Wahrheit wird er niemals er selbst sein. Hör mal, ich verstehe dich. Du hast die Götter. Alle Götter. Es ist kein Zufall, dass dich das auch einschließt. Und es schließt den Jungen mit ein. Siehst du das nicht? Er spürt es. Er kann nichts dafür, was er ist. Nicht mal im Ansatz. Weil du es ihm nicht gesagt hast. Alles hängt zusammen, Mann. Du wirst ihm nichts sagen. Ja, ich sollte es ihm sagen. Geheimnisse sind nie gut. Oh, sieht das hier schön aus. Rein mit uns. Hey, erinnerst du dich noch an die Abkürzung zwischen den Welten? Ich habe sie verbessert. Oder vielleicht auch vermurkst. Die brauchen wir. Das weiß ich doch. Also habe ich mit den Winden von Hill dafür gesorgt, dass es nicht nur in eine Richtung geht. Jetzt könnt ihr mit mir hin und her reisen. Wenn es nicht zu groß ist, dann kommen wir damit zu Freya. Das ist eine sehr gute Idee. Dankeschön. Wie ist das denn angestellt? Dann probier mal das doch gleich. Vielleicht nicht ganz rund, aber es wird schon klappen. Jetzt geh einfach. Wir versuchen es mal. So, wo ist denn Freya? Die war doch irgendwo hier. Hexenhöhle, Obergeschoss bestätigen. Oh, das ist praktisch. Haben wir unser Schnellreisesystem freigeschalten. Müssen wir uns aber bei Brock mal erkenntlich zeigen. Vielleicht mal ein paar freundliche Worte oder so an ihn richten. Bis jetzt hat er nur schlecht gelauntes Gebrummel von uns bekommen. Na ja, er weiß ja, dass wir ihn mögen. Bin ich mir sicher. Ja, und kann ich hier jetzt irgendwie... Das wollte ich doch gar nicht machen. Wo kriege ich denn die Winde her, damit ich damit was machen kann? Ist egal, wir müssen ja erstmal zur Tür. Das findet man schon noch raus. Hier, ein Herz. Das Herz. Du hast es. Ja, natürlich. Rein in den Kochtopf. Oh, der ist echt bleich geworden. Handrücken. Er ist immer noch krank. Ja, nicht mehr lange. Der ist bald weg. Aber zur Heilung... Muss er die Wahrheit kennen, was er ist? Ja. Das ist nicht so einfach. Doch, sag sie mal einfach. Richten wir ihn auf. Na gut. Ein aufgerichteter Junge ist ein guter Junge. Ich habe ebenfalls einen Sohn. Wie denn? Wer ist denn dein Sohn? Wer ist denn dein Sohn? Er sieht echt schon fast aus wie ein Zombie. Er sieht echt schon fast aus wie ein Zombie. Und er erkannte seinen Groll erst viel zu spät. Mach nicht denselben Fehler. Glaub fest an ihn. Die Wahrheit ist nicht einfach. Doch nichts ist einfach mit einem Kind. Na, das ist meine Aussage. Na gut. Ich würde es ihm erzählen, nachdem er aufgewacht ist. Es ist ein Fluch. Der Junge wurde verflucht. Ja, aber da ist er wieder ganz munter. Geh nicht ohne mich. Niemals. Oh, seine ersten Schritte. Sehr gut. Alles gut, mein Sohn. Ist ja meine Schuld. Ich sag's ihm doch einfach, du Arsch. Dankeschön, Freya. Wir müssen dann mal wieder. Heilen Sie Atreus. Das ist doch mal eine schöne Errungenschaft. So, dann würde ich sagen, geh mal zur Tür raus. Dankeschön. Aber gerade stand sie nicht offen. Ich hoffe, jetzt kann ich durch. Jetzt kann ich durch. Wir gehen wohl. Wieso krollst du denn so, mein Sohn? Bist du hin? Ja, um die schwarze Ruhne zu finden. Junge, kennst du den Weg von hier aus? Oh, ich weiß nicht. Klar, weißt du es, Kleiner. Wir brauchen ein Boot. Weiß nicht. Ja, wir brauchen wohl ein Boot. Hm, also gut. Was ist denn los mit meinem Jungen? Und vor allem, wo ist er? Wo ist er hin? Und ich glaub, wir sind jetzt hier gerüstet genug, um ein paar Kisten aufzumachen. Ach, hier fehlt immer noch das R. Dankeschön. Ich glaub, mein Sohn backt aber noch. Ich glaub, ich soll das Spiel tatsächlich neu laden. Ich schätze, er ist irgendwo um mich rum, aber auch nicht so wirklich. Na, wo ist das denn hingeflogen? Da oben bringt's mir nix. Ah, da ist er ja. Ist das nicht schön? Klettern hat's behoben. Und Doug, alles gut bei dir? Und links sieht noch ein bisschen aus, als ob die Krankheit dich noch etwas hat. So, da ist ein Druckpunkt gewesen. Komm schon. Ja, einmal. Und der zweite ist hier. Dann schauen wir mal, wo das hinführt. Verborgene Kammer. Kammer geöffnet. Eins von sieben. Das ist doch schön. Was lauert denn in der Kammer auf mich? Hat es das sogar die verborgene Kammer von Odin? Oder sind alles verborgene Kammer von Odin? Was will der mit so vielen verborgenen Kammern? Und was ist das für ein... Hier... Schild... Power... Keine Ahnung. Sohnemann. Was ist denn los? Der ist echt auf Abstand gegangen. Das fühlt sich an... Wie ein Gefängnis. Das würde das große magische Schloss da draußen erklären. Es ist mehr als das. Ich habe so ein Gefühl... Als würde hier unten etwas auf uns warten. Oh oh. Was wartet auf uns? Keine Ahnung. Etwas Mächtiges. Was immer du spürst, Junge. Wir werden damit fertig. Wir sind so weit gekommen, oder? Ja, Vater. Etwas Mächtiges wartet auf uns. Oh je. Ich hoffe, ich bin gelevelt genug. Ah. Schnellreisepunkt. Was ist denn das für ein Wesen? Eine Valkyre? Gefangen? Sie hat es wirklich getan. Eine Valkyre? Ich dachte, das sind nur Geister. Nehmt euch in Acht, Jungs. Eine echte Valkyre. Einen schlimmeren Gegner kann man sich kaum vorstellen. Sie greift nicht an. Weiß sie, dass wir hier sind? Weiß ich nicht. Was beweisen sie ihren Mut, Valkyre besiegen? Ich glaube nicht, dass ich dafür bereit bin. Oh. Ja. Ich habe auch das Gefühl, dass er das weiß. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass ich hier großartig von Nutzen bin. Aber meine Schünen... Ja, mich heilen. Soll das ein Witz sein? Die hat mich sofort platt gemacht. Wie soll ich das denn machen? Boah, du bist down. Das nehme ich. Das nehme ich. Also die Valkyre hätte gereicht. Braucht doch hier nicht noch mehr gehen. Okay, okay. Wir gehen hier hin. Sobald wir ein bisschen stärker sind. Ich glaube, das reicht noch nicht. Ich habe so das Gefühl, das reicht noch nicht. Junge, wir gehen woanders hin. Hui. Wir können natürlich auch nach oben. Das wird auch nicht viel bringen. Hier ist zumindest eine Truhe. Ja, das nehme ich mal. Das nehme ich mal. Robuste Siegel der Schatten. Das klingt doch gut. So, dann können wir hier mal... Können wir hier nicht schnell reisen. Ja, aber schade. Ich dachte, wir hätten es freigeschalten. Na gut, dann gehen wir wieder nach oben. Vielleicht finden wir ja noch dieses verborgene... Die verborgene R-Rune. Aber schön zu wissen, dass hier ein Valkyre wohnt. Irgendwann auf Stufe 6 oder so. Oder mit ein paar mehr Skillpunkten, Rüstungsteilen. Was auch immer, denke ich, können wir hier ordentlich aufs Maul hauen. Im Moment würde ich davon absehen. So viele Tasten kann ich gar nicht gleichzeitig drücken, um mit der gerade fertig zu werden. Komm schon, hoch hier. Spring doch mal ein bisschen. Na gut, er wollte nicht springen. So. Dann ging der Weg hier um den Felsen rum. Du könntest ihn einfach zur Seite schucken. Dann müsstest du das nicht jedes Mal... Na gut. Er ist ja unbelehrbar. Was soll man da sagen? So, da hinten... Achso, das war nur Teil der Kiste. Teil der Kiste, Teil der Crew. Ah, jetzt kommen wir zu. Ja. Papa hat seine alte Waffe wieder geholt. Und da haben wir irgendwie ein Windsegment. Oder auch nicht. Bin mir noch nicht sicher, was ich damit machen muss. Vielleicht das hier erstmal nach Dingen verschieben. Weiß aber auch nicht, was das bringen soll. Jetzt können wir zumindest da rausspringen. Vielleicht mal los hier. Irgendwie muss das doch. Bin nicht blöd. Also irgendwie klappt das noch nicht. So, jetzt kann ich springen. Na, das hätte lieber meinen Sohn machen sollen. Sohn, schieb mich mal an. Na, ich schätze. Wenn wir das irgendwie mittig platzieren, dass wir das schaffen, da rüber zu springen. Wer weiß das schon? Ich weiß es nicht. So, ich würde sagen, das muss jetzt aber reichen. Na. Vielleicht können wir so auch gar nichts anfangen. Wäre aber cool, wenn ich meinem Sohn da irgendwie befehlen könnte, da rüber zu gehen. Ja, das hat doch gut geklappt bis jetzt. Was bist du? Kann mit dir auch noch nicht so viel machen. Ja, mal schön. Dieses temporäre Lager kaputt schlagen. Aggression rauslassen. Was hast du denn gemacht? Ja, wir sinken. Warum sinken wir? Die nehm ich doch gerne. Komm, da liegen so viele München drin. Krähenschwarm. Runenbeschwörung. Bestimmt für meinen Jungen. So. Da oben ist immer noch irgendwas, was ich nicht so ganz verstehe. Ich dachte, ich komme da an den Wind. Oder brauche ich zuerst einen initialen Wind, den ich dann weiterleiten muss. Das ist mir noch nicht ganz klar. Aber da ist auf jeden Fall eine Tür, in die ich gerne, gerne rein wollen würde. Na gut. Was bringt das jetzt eigentlich, dass das da unten ist? Außer, dass wir an die Kiste kamen. Ach, hier liegt ja ein schöner Teppich. Boah, mach mich auch mal kaputt. Brauch Freya bestimmt nicht mehr. So, da war man gerade. Dann gehe ich mal hier wieder runter. Ich hab dich, mein Jungen. Hm, hier wird immer noch dieses eine letzte Teil, was ich nie finde. Der schaut auch nicht richtig hier nach oben. Das ist jetzt nicht nur meine Schuld, dass wir die noch nicht gefunden haben. Wahrscheinlich schon, aber ich kann es ja nicht besser. So, da oben gäbe es vielleicht noch was zum Wegputzeln. Versuch's mal. Aber das hat nichts gebracht. Da oben kommen wir auch nicht so wirklich hin. Ich frage mich, wo sich die maledeite Rune versteckt hat. Vielleicht da oben. Hm. Das wollte ich doch gar nicht. Das bringt auch nichts. Ich hab keine Ahnung, wie man da rüberkommt. Oder hier. Vielleicht da oben noch irgendwas mitmachen. Ich weiß, das ist so aussagekräftig, was ich hier wieder vor mich hin stammel. Da oben bringt das nichts. Kann man das vielleicht irgendwie nach rechts ziehen? Also. Du bist jedes Mal aufs Neue verwundert, warum Papa das kann. Papa ist halt stark. So, vielleicht bringt uns das ja in gewisser Weise weiter. Ach, diese eine Rune, die so aussieht wie ein Erdes. Okay, das war schon mal nicht schlecht. So, das nehme ich. Gesichter der Magie, sieben von neun Masken gefunden. Und ich verstehe das hier immer noch nicht. Na gut. Na gut. Weiß ich nicht verstehe, kann ich auch nicht lösen im Moment. Und vielleicht braucht's da irgendwie noch einen springenden Einfall. Da geht's weiter Richtung Quest. Ah, da ist doch Wind. Ich hab' ja nur ein paar Sekunden. Äh. Könnt's ja hier reintun. Na also. Na also. Das sieht doch schon besser aus. Dann brauchen wir das, glaube ich, einmal da oben und vor allem hier unten. Komm mal da ran. Oh, so ne Mann. Wechsel mal deine Pfeile. Habt ne gute Idee. Ich kann leider nicht springen im Moment. Jetzt ist die Frage, nee, zu Freya wollen wir grad nicht mehr. Wo können wir das denn jetzt alles noch einsetzen? Ich nehm' mal einfach was mit. Ah, jetzt hab' ich's rausgezogen, das war vielleicht nicht so gescheit. Ah, vielleicht nicht so gescheit, aber wir können's hier oben einsetzen. Tja, und was das hier bringt, weiß ich jetzt auch nicht. Na ja, zumindest an die Drohe komme. Alter. War nicht alles für umsonst. Ja, mit meinem Zeug. Festers Warthelfims Stahl. Kann ich immer noch nicht aussprechen. Ach komm schon. Das macht mich echt verrückt mit diesem letzten Buchstaben hier. Wo sich der schon wieder versteckt. Oh, da ist auch so Wind. Ganz übersehen. Aber man kann ja nicht viel machen. Das hätte ich hier hin platzieren können. Und für oben wird's nicht reichen. Müssen ja eh hochklettern. Boah. Ach, und hier ist das weg, das ist aber blöd. Hätte man nicht hier die Tür damit aufmachen können? Das wäre vielleicht gescheiter gewesen, als da hinten irgendwas rein zu betonieren. Wir nehmen's nochmal weg. Wird ja sicher respawnen. Bin fast sicher, dass es respawnen wird. Wenn der Timer abläuft. Hab schon. Ist egal. Wir stecken's erstmal hier rein. Haben einen neuen Timer. Dann nehme ich's. Und schnell renn, schnell renn, schnell renn, schnell renn. Und rein mit dir. Mist, ich treff nicht. Ja. Ja. Aber gerade so. Stimmt, das hatte ich schon gelootet. Ah, dann nehme ich's mal wieder mit. Tu's in die Mitte da. Und dann gehen wir erstmal weiter. Können ja hier nicht stehen bleiben. So. Einmal gut. Dann springen wir wieder. So, hier muss ich gar nicht runter. Hier wird's nur das Boot geben. Sandschale. Hmm. Dann nehmen wir mal den Fahrstuhl. Sicher ist sicher. So. Nach oben mit uns. Na gut. Nach unten mit uns. Oh, ein ganz schön tief hier. Führt das einfach nur dahin, wo wir das Boot geparkt haben? Kann ich mich schon nicht mehr dran erinnern. Ja, stimmt. Ich kann mich zumindest vorhin an eine lange, lange Aufzugfahrt erinnern. War ganz ungeduldig, bis wir nach oben gekommen sind. Hey, da wollte ich gerne raus. Da ist zumindest unsere kleine Schaluppe. Da siehst du? Das Boot ist gestrangt. Jemand hat vorhin die Schlange gerufen. Ja. Aber wer hat die Schlange gerufen? Ich glaube, er begreift schon ziemlich gut. Du sagst, ich bin verflucht. Ich bin schwach. Ich bin nicht wie du. Ich bin nicht wie du. Du bist verflucht, weil du wie ich bist. Aber nach all dem dachte ich, was hat sich geändert? Du weißt nicht alles, Junge. Nein. Aber jetzt kenne ich die Wahrheit. Nein. Kennst du nicht? Die Wahrheit. Die Wahrheit. Ich bin ein Gott, Junge. Aus einem anderen Land, weit von hier. Hier entschied ich mich für ein normales Leben als Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich wurde als Gott geboren. Und du ebenso. Endlich sagen wir es ihm. Junge, hast du nichts zu sagen? Ich... Kann ich... zu einem Tier werden? Kannst du zu einem Tier werden? Nein. 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 Das glaube ich eher nicht. Ich bin ein Gott. Und Mutter? War sie eine Göttin? Nein. Sie war sterblich, aber sie wusste, wer ich bin. Ich bin ein Gott. Warum hast du nie was gesagt? Gute Frage. Weil ich kein guter Gott bin, nehme ich mal an. Ich wollte es dir ersparen. Ein Gott zu sein, kann ein Leben voller Kummer und Leid bedeuten. Das ist der Fluch. Was kann ich denn so? Kann ich fliegen? Unsichtbar werden? Ich... fühle mich nicht wie ein Gott. Ich kenne deine Kräfte als Gott möchte. Aber sie werden sich zeigen. Ne, darauf kannst du dich ja freuen, mein Sohn. Na endlich haben wir es ihm gesagt. Das gefällt mir. Ich kann nicht zu einem Wolf werden. Ich lasse mich gerne überraschen. Höre ich deshalb manchmal stimmen? Hast du wirklich nie welche gehört? Nicht so wie du. Das ist nicht überraschend. Jeder Gott ist einzigartig. Also werde ich vielleicht nicht so stark wie Vater. Bekomme aber eigene Fähigkeiten? Die hast du doch jetzt schon, Jungchen. Deine Sprachbegabung ist außergewöhnlich für jemanden, der so jung ist. Das würde ich auch sagen. Du hast es also gewusst? Ja, ja. Aber ich habe mehr als genug Götter bekannt. Mich offenbar auch. Naja, der Kopf äh... hat... Da wusste wohl noch, dass ich ein Gott bin. Früher natürlich. Brock und Sindri? Sehen müssen wir es nicht wissen. Baldur! Weiß er es? Verfolgt er uns deshalb? Kennst du ihn von früher? Am Tag der Beisetzung deiner Mutter sag ich beide zum ersten Mal. Das ist die Wahrheit. Hey, wir müssen doch nicht direkt zu Tiersgruf zurück, oder? Ich meine, wir sind Götter. Wir können tun, was wir wollen, stimmt's? Beruhige dich. Was machst du jetzt los? Ich werde es dir zeigen. Hm. Na gut. Jetzt haben wir schöne Schnellreisen und Tote Fracht Heläufer Besatzung töten. Das klingt doch schön. Da geh mal hin. Das mit dem Wegpunkte setzen klappt noch nicht so wirklich. Dann schau mal eben ein bisschen öfter auf die Karte. Irgendwie sollte man es ja finden. Ja, mit dem schönen Hacksilber. So, Karte. Wir sind da. Wir müssen auf die Insel. Da ist auch schon eine blaue Rauchwolke noch. Ich glaube, da will uns wieder jemand auf die Fresse hauen. Gold, 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 gold. So. Wie lege ich denn hier am besten an? Gold, 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 gold. Das ist ja schön. Ich weiß echt nicht, wie ich anlege. Komm schon. Ich will mich mit den Dingern hier anlegen. Ach, das sieht hier richtiger aus. So. Dann kommt mal her, ihr Heläufer. Könnt ja nicht so gefährlich sein. Könnt ja nicht so gefährlich sein. Ist ja nur eine Nebenquest. Oh. Ich habe nichts gesagt. Stirb. Und zwar ein bisschen schneller. Bitte ein bisschen schneller. Bitte ein bisschen schneller. Wieso bist du nicht bereit? Wer bist du? Hör mal auf Eiswände zu machen. Finde ich unsympathisch. So. Jetzt ist nur noch der eine da. Ja, ich kann aber auch nicht wirklich, Junge. Irgendeiner muss den jetzt ausschalten. Nein, Bruder geht es nicht gut. Bruder kriegt in dieser Episode nur auf den Sack. Von Billow Feinden bin ich so Billow Feinden. Sehr gut, Junge. Ja, Min. Ja, eins von drei getötet. Ganz schön starke Mannschaft. Und er war für alle verantwortlich. Das ist eine Menge Verantwortung. Ja. Ja. Bist du aber noch nicht erwachsen? Bist du noch ein kleines Kind? Na gut. Dann gehen wir mal wieder Richtung Boot. Wo ist denn die wilden Schlange hin? Sieh sie grad nicht. Die Glock hat sich versteckt. Na gut. Aber ich würde tatsächlich sagen, das reicht schon für die Episode. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.